Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und ich habe es mir hier schon mal so ein bisschen gemütlich gemacht, denn es gibt ein Labervideo heute mal zum Thema Weight Watchers. Denn ganz oft ist die Frage aufgekommen bei euch, wie ich das so handhaben mit meinen Cheat Days. Also Cheat Day im Allgemeinen bedeutet hier eigentlich so Schummeltag quasi übersetzt. Wie gesagt, das ist meine Erfahrung, wie ich das mache. Es muss nicht bei jedem funktionieren, aber ich möchte euch einfach ein bisschen was davon erzählen, denn es hilft mir enorm. Wie ihr wisst, habe ich ja Mitte April mit Weight Watchers angefangen und habe super abgenommen bis jetzt. Also wirklich, was habe ich jetzt, runter 8,9 Kilo. Wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt? Ende Juni, glaube ich. Ich sage mal so, würde ich die Cheat Days nicht einbauen, würde ich natürlich wesentlich mehr abgenommen haben. Aber ich nehme ständig ab. Ich habe noch nicht eine Woche gehabt. Ich wege mich ja nur bei den Treffen, falls ihr das Video schon mal gesehen habt. Also ich habe noch nicht eine Woche gehabt, wo ich zugenommen habe. Ich hatte die Woche nicht diese Woche, sondern davor die Woche hatte ich Stillstand. Aber ich vermute, das lag auch so ein bisschen am Wetter halt einfach, dass ich viel Wassereinlagerung hatte. Beziehungsweise hatte ich auch meinen Eisprung. Das ist übrigens enorm, was man da so einlager hat, Leute. Ja, aber dafür habe ich die Woche darauf wieder 1,9 Kilo abgenommen. Das ist halt heftig. Aber ich habe auch oft nur so Wochen, wo ich so 200, 300 Gramm abnehme. Aber das reicht mir. Also solange man das auf die Dauer sieht halt einfach und ich habe echt keinen Stress, keinen Druck, reicht mir das vollkommen. Ich weiß, viele sehen das so, weil es halt auch nicht gerade günstig ist bei Weight Watchers natürlich. Was heißt günstig? Ganz ehrlich, ich rechne mir das mittlerweile so um, dass es mir für meine Gesundheit schon einfach das Wert ist halt. Man kann nicht sagen preiswert, aber es ist einem einfach wert. So muss man das vielleicht sehen. Die haben auch immer tolle Angebote. Nein, ich arbeite übrigens nicht für Weight Watchers, weil da auch schon öfters die Frage von aufkam. Ich habe weder eine Kooperation mit denen noch sonst irgendwie was. Ich bin einfach nur begeistert halt von dem Programm und das ist das Einzige, was mir halt was bringt. Jetzt kommen wir aber mal zu den Cheat Days, wie ich das so mache. Ich erkläre euch ganz kurz das Konzept, vielleicht weiß es der ein oder andere noch nicht. Es gibt die Tagespunkte und es gibt die Wochenpunkte bei Weight Watchers. Tagespunkte werden euch persönlich auf euer Geschlecht, Körpergröße, Aktivität und Gewicht natürlich ausgerechnet. Bei den Wochenpunkten weiß ich nicht genau, wie es ist. Ich kann euch einfach mal sagen, wie es bei mir ist. Also ich habe zum Beispiel Tagespunkte 25, die ich verbrauchen kann. Wochenpunkte liegen, glaube ich, bei 40 oder sowas um den Dreh. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher, weil komme ich aber gleich zu. Das ist bei jedem anders. Ich habe, glaube ich, gestartet mit 27 oder 28 Punkten. Ich glaube, 27 waren es. Wenn ihr natürlich abnehmt, bekommt ihr auch weniger Punkte zu essen. Das ist klar, ne? Das ist ein bisschen traurig, aber so funktioniert es halt einfach. Ja, jetzt zu den Sachen, die ich halt so, ja, wirklich esse dann. Es war jetzt so ein bisschen schwierig in der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir so zwei feste Cheat Days eigentlich auferlegt, aber es kamen natürlich ziemlich viele Feiertage in letzter Zeit dazwischen. Das heißt, es ist manchmal auch schon mal irgendwie so ein halber. Kein dritter würde ich nicht sagen, weil ich morgens dann den ganzen Tag gut gelebt habe und dann irgendwie abends dann doch nochmal geschlemmt oder gegrillt habe oder so, weil wir unterwegs waren bei Familie oder Freunden. Und deswegen, aber ich sage mal, in der Regel sind es einfach zwei Cheat Days bei mir. Und zwar ist es so, ich rechne nicht von Montags bis Sonntags, das haben immer viele nicht verstanden, sondern mein Liegetag ist immer der Mittwoch. Das heißt, ich wiege mich auch wirklich nur mittwochs da in diesem Weight Watchers Studio. Das hilft mir so enorm weiter einfach, Leute. Ich weiß, viele machen es nur mit der App. Ich glaube, für mich wäre das nichts gewesen. Ich weiß, es ist wesentlich teurer mit Treffen, aber für mich hätte es nicht funktioniert. Ich hätte mich selber betrunken. Ich hätte, weiß ich nicht, keine Ahnung, mir dann leichtere Schuhe, leichtere Klamotten angezogen oder so. Und so gehe ich da hin. Ich muss mit Schuhen auf die Waage und mit Klamotten halt einfach. Deswegen ist es ja nicht so ganz super genau, aber ist mir egal. Ich würde immer noch, wenn ich mich zu Hause wiegen, würde immer noch weniger wiegen. Deswegen, ich brauche das einfach so, diese Kontrolle. Und das ist ja keine richtige. Du wirst nicht da irgendwie, vor allem da wird nicht dein Gewicht gesagt oder sonst was, wie das früher war. Das ist alles ganz, ja, so top, inkognito, top secret, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ganz diskret so. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Das wird dir wirklich nur in deinen Pass eingetragen. Dann kannst du für dich selber schauen halt, was habe ich abgenommen, habe ich zugenommen oder sonstiges. Jetzt bin ich wieder vom Thema beschweigt, wie das manchmal so ist bei mir. Genau, zwei Cheat Days, wie gesagt, die Woche ist von mir dann, also Mittwoch bis Mittwoch rechne ich dann. Und ich plane vorher meine Cheat Days, wenn es denn möglich ist. Zum Beispiel ist es jetzt hier dieser Freitag und der Samstag, wo ich wirklich reinhaue. Das heißt wirklich, ich reinhaue, Leute, ich habe wirklich die Liebigkeiten gekauft. Das ist dann das, wenn ich mir das wirklich, ich kann mir das dann gönnen einfach. Also ich habe dann auch keine Reue oder sonst irgendwie was, was ich dann schlechtes Gewissen habe. Es hilft mir so, diese zwei Tage zu haben für die restliche Woche, das einfach durchzuhalten. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich mich einfach auf diese Tage so freuen kann. Und dann sage ich, ach, das ist doch gar nicht schlimm. Du kannst ja dann, keine Ahnung, am Freitag kannst du ja richtig schlemmen oder so. Wobei es ja mittlerweile auch echt geile Sachen gibt mit Zucker, Austauschstoffen und sonstigen allem. Aber so ein bisschen was, ich sage mal, für die Seele ist schon immer wichtig, mal ab und zu. Von daher freue ich mich auf diese zwei Tage immer sehr, muss ich sagen. Und vor allem mit Kindern auch. Also wir gehen dann echt Süßigkeiten zusammen einkaufen. Und dann machen wir uns richtig gemütlich abends auf der Couch gucken für Kinderfilme. Und dann schlemmen wir richtig. Ja genau, das so zu den Tagen, wie ich das mache, das könnt ihr natürlich dann auch selber handhaben, wie ihr das wollt. Oder macht ein Cheat, der das macht meine Mutter zum Beispiel, der reicht das. Bei mir ist es halt auch so, es funktioniert jetzt noch. Sollte es mal irgendwann halt stehen bleiben, muss ich auch auf den Tag reduzieren wahrscheinlich. Also ich bin glücklich, dass es noch so funktioniert. Aber man weiß ja nie, was kommt. Genau, also im Moment bin ich halt bei diesen zwei Tagen. So, wie handhab ich das? Ich habe euch das gerade erklärt mit den Tagespunkten, mit den Wochenpunkten. Ich verbrauche nur meine Tagespunkte. Und ich spare sehr selten was auf, Leute. Also ich spare. Ihr könnt ja sonst vier Punkte pro Tag auch noch auf eure Wochenpunkte aufsparen. Das würde gehen. Mache ich aber nicht. Also ich verbrauche die eigentlich quasi immer. Aber lass diese Wochenpunkte verfallen für diese Cheat Days halt einfach. Also ich esse an den Cheat Days wirklich, was ich möchte. Theoretisch sind diese Wochenpunkte eigentlich wie Cheat Days nur kontrolliert. Aber ich will dann einfach mal diese Kontrolle halt nicht haben dann an diesen zwei Tagen. Genau. Ihr könnt das halt so machen, dass ihr diese Wochenpunkte dann verbraucht an euren Tagen oder so. Dass ihr dann wirklich genau einhaltet. Dann nehmt ihr natürlich auch schneller ab. Ihr könnt es auch so machen, wie ich mache, wenn es für euch funktioniert, wie gesagt. Dass ihr dann halt wirklich die Wochenpunkte einfach ganz beiseite lasst, die überhaupt nicht anrührt und dafür eure zwei Cheat Days macht. So hat es halt bei mir richtig gut funktioniert. Genau. Dann esse ich halt wirklich auch wirklich alles, worauf ich Lust habe. Wie gesagt, ich habe, habe ich das hier gesagt? Oder habe ich das in meinem Action-Hall gesagt? Gerade angefangen bei meinem Frühstück hier. Eine Katende. Super, Polen. Da freut mich nicht. Also dann gucke ich halt wirklich auch nicht. Ich esse dann wirklich das, worauf ich Bock habe. Aber bei mir ist es dann so, ich habe das gegessen und bei mir ist es dann auch gut. Also ich brauche das dann nicht jetzt noch drei, vier Tage wieder. Ich glaube, das ist am Anfang ein bisschen schwieriger. Aber jetzt bin ich ja mittlerweile so zweieinhalb Monate drin und dann hat man es irgendwie gelernt. Ich glaube, mein Coach hatte das gesagt. Ich weiß gar nicht, oder? Dass man irgendwas 40 mal machen muss, bis man was verinnerlicht hat. Und das ist natürlich jetzt so, der Zeitraum ist halt rum und es klappt halt wunderbar, muss ich sagen. Ja, was kann ich euch noch erzählen zu den Cheat Days? Es ist sehr Kohlenhydrat-lastig. Denn Weight Watcher ist ja keine Low-Carb-Ernährung, aber geht schon so ein bisschen Richtung Low-Carb. Wobei jetzt gar nicht so von Obst oder so. Das sind ja alles diese Zeros. Das gar nicht. Also eher so Richtung, ja nicht so dieses, kein Brot, so super viel Nudeln, super viele Süßigkeiten, ganz wenig und sowas. Es geht schon in die Richtung. Und dann gönne ich mir halt so diese Kohlenhydrate einfach am Wochenende, beziehungsweise an den Cheat Days. Manchmal ist es auch unter der Woche, je nachdem, wie ich was vorhabe. So, ich glaube, ich habe euch alles dazu erzählt. Mir fällt jetzt auf jeden Fall spontan nichts mehr ein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare unten, beziehungsweise Anregungen. Vielleicht macht ihr es ja auch schon so oder macht es halt irgendwie anders, habt noch eine super Idee. Ja, ich freue mich, dass es so klappt. Also ganz ehrlich, ich habe so viele Diäten durch, Leute. Und das ist so das Erste, was ich echt lange durchhalte. Und dass mir irgendwas fehlt. Wisst ihr, was ich meine? Weil sonst hatte man immer, was habe ich alles gemacht? Glücksdiät, Low Cup, ich habe sogar Atkins gemacht. Und ich denke so immer, wann kriegst du wieder Kohlenhydrate? Aber Leute, wann kriegst du wieder Kohlenhydrate? Und das hast du halt gar nicht. Du kannst halt auch Nudeln essen, isst du halt morgens irgendwie ein bisschen weniger oder machst deine Zeros, irgendwie keiner isst die die. Und du kannst trotzdem Nudeln essen oder sonst was. Und dann musst du halt nur gucken, wann lege ich mir welches Essen im Prinzip. Und das ist für mich perfekt ehrlich. Am Anfang war es so ein bisschen schwierig für mich umzustellen, weil ich ja immer viel mit dem Thermomix gekocht habe. Beziehungsweise auch immer noch viel mit dem Thermomix koche. Aber jetzt so meine eigenen Rezepte einfach umstelle. Weil die Thermomix-Rezepte an sich sind halt sehr, sehr fettreich. Also sehr ölig, sehr kohlenhydratlastig, sehr zuckerlastig. Schmeckt ja auch alles wunderbar. Also es ist nicht so, als hätte das alles nicht geschmeckt aus dem Thermomix. Aber es ist halt für eine, ja ich sag mal, eine Ernährungsumstellung. Es ist halt einfach nichts, wenn man sich gesünder ernähren möchte. Also beziehungsweise Thermomix schon. Aber die Rezepte, schwierig. Es gibt diese Fit mit Thermomix-Kollektion, die ich so ein bisschen an Weightwaschers angelehnt finde. Da ist nichts über 10 Punkte drin. Low Carb geht auch so in die Richtung. Da muss man auch immer so ein bisschen gucken. Ja, das war es dann leider. Also da wünsche ich mir echt noch mehr, muss ich sagen. Ja, das war es mit meinen Sachen. Ich lasse mir jetzt mal hier meine Snackies schmecken, gleich mit den Kindern. Wir gehen gleich auch noch schwimmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, sonnigen Tag. Sagt tschüss und bis dahin. Eure Laura.